Jo, einen schönen guten Tag! Hier ist mal wieder Nussi auf Life of the Novels! Gut, diesen Weg habe ich erst mal fertig. Ich wollte euch zeigen, wie ich weiter gemacht habe. Ich habe erst mal bis hierhin gemacht. Alles ausgebaut. Oh Gott. Und ich habe die Erde woanders gehalten. Ich bin hier wandert. Irgendwo dahinten. Aber die Stelle finde ich bestimmt nicht wieder. Das weiß ich. So, was ich jetzt machen muss. Ich wollte eine Küche jetzt langsam bauen. Und die kommt... Die kommt hierher. Hier hin. Hier hinter. Das heißt, ich brauche Erde. Nein, nicht schon wieder. Jörg! Hör auf! Nein, ich fange erst gerade an. Ach Mensch, ich brauche da keine Erde. Ich muss einen Stein erst mal runter machen. Und hier kommt die Küche hin. Hier unten. Ich brauche Platz. Jut. Jut. Okay. Ich brauche wirklich Platz hier. Und die wird euch Stein gemacht. Mal gucken, welchen Stein ich nehmte. Oho. Oho. Nuuui. Okay. Den hat ihn zugemacht. Nein. Das wird mir so... Äh. Warum hast du das nicht gemacht, Kalina? Hallo. Gehen wir nach oben. Ist er. Gut. Da kommt gleich Steinriff. Und dann wird hier alles ausgehöhlt. Dann ich mir auch jetzt langsam ein bisschen Automatisierung reinmachen. Stinkt. Gut. Das reicht mir. Habe ich Holz? So, jetzt habe ich. Ah, jetzt ist mein Tit hier. Rechen Holz. Was? Ich weiß. Ich habe bestimmt unten noch welche. Ah ja. Ich brauche nur einen. Jut. Wo ist denn das? Da ist das. Jut. 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 Das heißt, es wird jetzt wieder abgebaut. Es hat jetzt einen zusammengebaut. Und jetzt wird es wieder abgebaut. Und jetzt ist es schön. Das Glas bleibt heiler. Ich wollte erst die Küche oben hin machen. Aber nein. Ich mache die lieber. Äh. So. Jut. Okay. Jetzt mache ich erstmal ein bisschen Holz hier hin. Äh. Hallo. Kann ich jetzt selber machen. Salz. So. So. Bisschen Hals. Ich muss mal da oben hin gucken. Sieht scheiße aus. Leute. Äh. Muss ich doch aufmachen. Äh. Alles zurück machen. Es geht doch nicht, was ich wollte. Äh. Äh. Es geht doch nicht. Äh. Jetzt schon. Muss ich woanders hin bauen. Äh. 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 So. Okay. Ich mache lieber erstmal hier hin. Es kann sein. Und ich möchte ein bisschen. Holz. Wickeln nochmal. Wo ist mein Hammer? Hier. Gott. Mein Hammer ist auch bald kaputt. Moment. gut. Gut. Hoffentlich reicht danach. So. Ja. Dann gehen wir ja nicht schnell einen machen. Nein. Ja. Ich mache lieber erstmal einen nochmal. Hier habe ich ja noch welche. Gut. So. Drei. Und. Drei. Und. Und. Drei. Mal zwei Eisen. Und. Mal zwei Eisen. Ne. Drei Eisen. Ne. Gut. Gut. Ja. Ist ja gut. Das wollte ich doch nicht. Hallo. So. Okay. Da brauche ich. Eins. Zwei. Eins. Zwei. 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 Alles jetzt schöne, hier fällt hier ja kein Glas, mal 5 Stück, gut, dann war doch hier so, 3, 2, gut, einer ist übrig geblieben, aber ist mir egal, wenn man das jetzt da wieder zu machen, ich habe da keine Küche, die Küche hier hin machen, aber die jetzt nicht, schade, ich mache jetzt mal ganz schnell zu, warte mal, ich habe irgendwann ein Bett hin gepackt, ja, hier, das war ein Fehler von mir, tut mir leid Leute, so, bis hierhin mache ich den anderen das hier offen, gut, dann lasse ich den anderen offen, gut, Moment, äh, dann mache ich den jetzt zurück, gut, gut, dann lasse ich den anderen offen, dann mag der ein bisschen so, Mist, hätte hätte so gut klappen können, so, dann mache ich ihn, dann mache ich ihn, okay, gut, 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 okay, das reicht, hier wird hin, dann wird hin, okay wird hier, so, geht, so lasse ich den, gut, so, 3, jetzt, hier war ich wieder neu, also, ist noch ja nicht gut, okay, ich erwarte, wieviel, environ, wieviel sulie ist, aufgleich franchig, wieviel, 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 zu wichtig, machen, Jut, das, hier, hier, Für Leder. Für früher. Später werden wir Leder. So, ich bete den mit. Jut, das heißt dann, ich muss meine Küche hier hin machen. Oh, hier finde ich es blöde. Das ist blöde, finde ich. Wie kann ich noch meine Küche hin bauen? Ist hier was? Ja. Ich bin hier unten hin und da hin. Warte mal, ich will mal kurz mal hier auch was aufmachen. So. Hm, nie. Hätte ich mir gedacht. Sowas holzt. Mir ist das so blöde gemacht. Toll. Jut, da ist gleich. Moment, ich überlege mir jetzt was. Wann ich diesen Raum bis hier hin machen. Und hier unten alles bauen. Was? Woher mache ich jetzt? Ach, Mann. Hier würde ich meine Küche nicht hin machen. Eigentlich würde ich hier die Küche hin machen. Ist das grün was? Jut. Hier geht auch die Küche. Aber ich kann nichts unten hinpacken. so blöde. Was ich machen tue. Ich baue die Küche hin. Es reicht mir jetzt. Und ich habe das schon hier alles. Und das kann bleiben. Jut, jetzt brauche ich noch ein bisschen Erde. Ich habe unten noch ein bisschen Erde. Mal gucken. Damit hier die Küche hinkommen. Moment. Fällt jetzt gerade was ein? Ich baue den Raum hier oben und unten aus. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. habe ich nicht. Genau. Jetzt habe ich die andere Seite. Habe ich das dicke Stick? Nein, habe ich nicht. Ach, Mann. Ich mache mir eine Arbeit hier. Das mal reichen. Habe ich Eisen? Nein. Gut. Zwei. reicht. Dann muss ich noch irgendwann automatisieren. Alles einordnen. Dann. Ich bäum. Warum, ich. Weiß es nicht. Ich mach bestimmt. Noch ein Spätet Lager. Äh. Vor allem das noch ein Lager. nein da ist das ist ein bisschen platz hallo kann ich hier noch einen platz machen so Licht an so und dann wird hier was gemacht auch wenn es hier nicht eingefallen wir können doch auch alles einmal größer machen ich schaue es ein bisschen größer mir geht nicht so gut achso ok stopp aha aber das ist mir egal wird hier ein bisschen größer jetzt immer ich weiß nicht warum ich jetzt hier eine Küche haben will das ist alles für die Automatisierung später genau so das wird alles ausstehen ok gut erde ja ach da ist erde gut 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 ok 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 so oh oh geht er gar nicht gesehen jetzt gerade ach doch geht geht ist nur die auch auch auf und Ich weiß nicht, warum das Moment so ruckelt, tut hier. Gut, hier muss ich auch noch eine automatische Sicherung machen. Erstmal hier unten weiß ich noch nicht, wie ich das machen soll. Gut. Gut. Okay. Nehme ich den Roten Stein als Fußball. Ja. Genau. Oder kommt jetzt dort. Mal gucken, was ich unten habe. Nee, ich mache bestimmt unten wieder ein bisschen was zu. Nee, ich finde es sieht nicht so schön aus, wenn es so groß ist alles. Ich hätte hier unten auch die Küche hin machen können. Warum? Warum? Gut. 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 Was bist du? Gieß brauche ich nicht. Gieß brauche ich nicht. Das ist der rote. Was bist du? Granit. Und du? Jetzt nehme ich den hier. Okay, mal gucken, wie ich das machen kann. Hm. Hier kann ich gar nichts machen, Scheiße. Oder kann den brennen? Moment, 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 Moment. Mal gucken, ob der noch brennen kann. Nein, es kann nicht brennen. Ist egal. Ja, ich hätte ja auch oben schlafen können in meinem Schlafzimmer. Die wäre ja auch gegangen, aber warum? So. Mal gucken, wie das aussehen tut. Mal gucken, wie das aussehen tut. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie viele Steine ist. Ist das? Oder das? Ja, den roten Stein. Da habe ich viel. Jetzt einfach nur einen Schlafzimmer nehmen. Und ich weiß nicht, was ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich noch nicht. Da habe ich viel. Kann ich die irgendwas machen? Moment, ich probier was aus. Weiß es nicht. Da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da kommt noch Platz. Moment, ich hab doch einen Rucksack hier. Gut, den Sand muss ich jetzt mal hier rein. Den Sand auch, das Holz hier auch. Den haben wir auch, das hier alles rein. Bau denn den Holz brauche ich noch. Ne, die Bienen haben wir. Die kommen nochmal raus. Ich geh wieder bis zum Platz jetzt hier. Okay. Gut. Gut. Wann hab ich aber... Ah, ich hab das nicht gewusst, Leute. Ich hab das nicht mehr. Ach man, das wollte ich doch nicht. Gut. Gut. Hey. Äh, das Erde? 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 Ja, da mach ich jetzt mal weg hier. Es reicht mir mit Erde. Ach man, ich meine Was? Erde Ach du bist voll Gut, verstehe Nee, die wollte eigentlich Warte mal Die einbehalten Und hier, das reicht Wenn ich doch irgendwann mal Alles automatisieren will Bestimmt war ich auch noch größer Ich weiß es noch nicht Gut Das feiere ich jetzt Ich habe es nicht gewusst, Leute Wenn ich so einfach gehen würde Gut Gut, okay Bauschutt, Bauschutt, nee Bauschutt 4, Bauschutt 4, bleibt das selber Den kann ich doch brennen, stimmt's Ja Dann brenne ich den mal Jetzt feiere ich jetzt Gut Und unten auch So Gut Stoin Okay, Leute Dann machen wir erstmal Schluss für heute Bis zum nächsten Mal Okay, euer Nessi Ciao, ciao 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 Ciao!